Und Leute, heute reagieren wir auf Most Iconic Fortnite Moments of All Time, also auf die geilsten OG Clips, die es jemals in Fortnite gab. Das Video geht 10 Minuten und ich würde sagen, wir gönnen uns das mal direkt. Vielleicht fühlen wir ein bisschen das Allergie. Boah, ich glaube, das ist der erste Clip von einem... Das ist glaube ich der erste Clip von einem Rocket Riding, Digger. Ich weiß noch damals... Das war so geil, Digger. Allein die Grafik... Ich hab... Ich hab die einzige Grafik von Fortnite viel mehr gefeiert. Schreibt mal in den Kommentaren, ob ich die Grafik je mehr feiert habe. Weil das ist zwar nicht so eine krasse Grafik, aber die ist so viel geiler irgendwie. Keine Ahnung. Boah, hier. Tissue war auch damals so krass, Digger. Boah, ist da ein Shot, Mr. Savage. Ich bin da mit einem... Guck mal, den kennt man gar nicht. Asus Provo-Kot oder so. Dr. Disrespect. Oh, shit. Uh, das war ein krasser Shot, Digger. Das war schwerer, als man denkt. Boah, Cypher-Pick kann immer mit sein. Trap Towers. So geil, Digger. What? Boah, dieser Typ. Ich weiß eigentlich, das war so ein Russe. Ich frag mich, was aus dem geworden ist. Der Typ, jeder wollte damals so krass... Also der hat das... Guck mal, wie schnell der baut. Für damalige Verhältnisse. Guck mal. Was ist das? Der Typ ist so zu einer Legende geworden einfach. Aber niemand kannte den. Und danach hatte man den auch nicht. Boah, Shroud war so krass in dem Spiel. Ja, ich weiß selber. Benji-Fischi. Mit Mr. Savage sogar schon. Das sind so krasse Clips. Selbst Rocket Ryan, diese Waffe... Ich hab diese Waffe so geliebt, aber die wird halt richtig schnell entfernt, Digger, weil sie nicht an Battle Royale... Keine Ahnung, das war ein richtig komischer Grund. Boah. Aber der tötet sich jetzt selbst, ne? Was ist das für ein Clip? Den kenn ich gar nicht, oder? Oh, Impuls-Granate. Ah, das ist ein bisschen... Der hat sich World Cup gequalt ohne... Also ohne ne Waffe. Das war schon krass. Oh, Einkaufswagen. Oh mein Gott. Einkaufswagen. Das... Das Ding ist... Damals hat man sich über einen Einkaufswagen gefreut. Guck mal, heutzutage, heute macht so krasse Updates, aber es juckt halt nicht mehr, weil die... Die haben immer krass... Guck mal, damit einfach ein Einkaufswagen hat jedem gereicht. Und jetzt... Jetzt, wenn wir die erst jetzt machen würden... So, jeder mit seinen Freunden, auf der Fall. Boah, der Clips-Aulegen, der... Der hat ja so viele Kills gemacht. Und die hat immer NoSkin gespielt, ne? Krass, weil irgendwie sein Account gebannt wurde. Guck mal, wie lost damals jeder war. Guck mal, wie niemand... Okay, die bauen schon richtig, aber nicht so krass. Boah. Boah, was hat der denn gemacht? Die sind richtig schlau. Guck mal, was macht der? Der Tschetsch war vor, wo der schießt. Weil niemand da bauen, man sieht's. Fortnet. Metro, das war ein krasser Clip, ich weiß auch. Boah, jetzt geht der denn. So, das ist... Heute war gar nicht mehr krass, aber damals war sowas einfach krass. Er hackt den Black Tom. Ja, das ist aber gar kein OG-Clip. Hey, ich dachte, das sind nur OG-Clips. Anscheinend nicht. Einmal in O... Ja, okay, das sind nicht... Das sind nur iconic-Clips, anscheinend. Na, okay. Ha, 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 ha. Fuck, sag, ich hab 0... Wenn die Leute den Kotex sich verschieben, das ist... Der guckt gerade Mongral zu, und Nicky30, der ist ein Streamer, der so family-friendly ist, und der mag sich weil Leute beleidigen, und... Ha, 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 ha. Mongral beleidigt da gerade. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha. Ho, ha. Ho, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Okay, er geht direkt weg, weil er das nicht mag. Oh, Aiden und Nick Merckx, das war so ein krasses Controller-Duo. Das war noch das einzige Controller-Duo, was so richtig gut war in Fortnite damals. Man muss auch sagen, Aiden hat L2 sozusagen. Dieses L2-Spammen. Vermöglicht sozusagen. Prost. Aiden, so krasser Spieler. Tilted-Owners waren das. Diesen Bein hat Tilted gehört. Was ist das für ein Clip? Den kenn ich gar nicht. Ich kenn den Clip. Ah doch, ich kenn den Clip. Der klatscht da. Der holt den Win. Obwohl er so gut durch sein Leben hat. Der hat keine Materialien. Boah. Das ist ein krasser Clip. Oh shit. Das Schwie sah damals einfach so geil aus. Krass. Was ein Clip. Was ein Clip. 6 Row. Oh. Der, 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 der klatscht das, ne? Was für ein Band. Der sagt, Puppe, Bandage landen. Wie würdest du bei, wie würdest du am Bandage poppen? Bist du mit Dom? Oh. Der holt den doch jetzt niemals. Das war ehrlich. Dass das sogar für heute gefällt ist und auch krass. Das ist ehrlich. Oh mein Gott, guck mal. Stretched. Wie geil. Stretched aus da. Dieser Nusskind ist so los der Arme. Der, der, der hat 30 Kids an. Der stirbt einfach. Der. Tipp hab ich nicht gecheckt. Oh nein. Kontext, Leute. Mitro. Der hat sich für World Cup Feinde zack holen können. Den haben ein paar Punkte gefällt. Und der hat sozusagen selber gekillt. Der Arme. Anonami. Controller Legende. Aber das ist angeblich gank, ne? Was ist das? Oh. Der wurde gebannt. Ja? Was? Was? Okay. Ich glaube den Clip kenn ich gar nicht. Ah, das sind einfach Fortnite Streamer, die gebannt wurden. Der wurde auch gebannt. Ich weiß nicht warum der gebannt wurde, aber der wurde einmal auch gebannt. Wurde er auch gebannt? Nein, oder? Ich glaube der. Der wurde immer gepickst. Nein, den Clip kenn ich gar nicht. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Weil ihr seht das gar nicht. Der Typ der einfach so. Oh no 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 no. Okay, den Clip kenn ich. Mal gucken ob ihr es erkennt. Hä? Nein. Oh, dieses Schwert, das Item war so geil, ne? Aber viele haben das guck ich gehasst, aber ich hab das voll geliebt. Ich mochte auch die Max voll in Season X, das waren voll die coolen Items eigentlich. Oh shit. Der macht jetzt irgendwie noch 5-6 Kills in einem krassen Turnier, der kriegt so viel Geld dadurch. Boah, das ist einfach nur krass. Was geht da ab? Digga, krass, das ist ehrlich einfach nur krass. Dieser Clip ist, das ist wirklich, glaube ich, einer der meistgesehenen Clips auch in ganz Fortnite, ne? Wenn ihr den Clip nicht kennt, schämt euch. Einfach schämt euch. Oh krass. Ziv. Hier. Das ist ein lustiger Moment, der stirbt jetzt und der wird von den Crowd, also von den Zuschauern ausgelacht, weil der sich damals nur durch Teamen gecallt in dieses Fortnite World Cup, deswegen geht's. Mal wieder sehen. Hört ihr? Hört so wie sich jeder freut. Hört. 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 Oh Kevin. Kevins Partner. Kevin the Cube. Kevin, das war auch ne Vorderlegende, Kevin the Cube. Kevin. Danny the Cube. keeping you ready. Lee here. Schon wieder bissel, wenn er sich von Hidden World Cup gecallt hat ohne Ding. Okay. Er holt aber win, oder? Er hält ihn aber win, oder? Aber in dritter keinen Schlürfsaft. Oh nein, das ist unangenehm. Ja, der weiß selber, es ist einfach nur unangenehm. Ich kenne den Clip, ich glaube, er stirbt sogar an dem, oder? Ja, Moment. Mongral, abonniert Jan Wicklam! Sonst, das war's schon, das ging ja richtig schnell. Also, das sind Most Acornic Promobits of All Time. Ich dachte, da sind jetzt nur OG-Kinds dabei, weil auch ein paar Chapter 2 ist ja auch schon irgendwie OG geworden, aber haut rein, bis zum nächsten Mal, schreibt gerne in die Kommentare, wenn wir auf ein anderes Video reagieren sollen und schreibt da halt auch welches dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüs.